Also das ist unser First-Date-Restaurant, was auch konzeptespezifisch aus dem Pura Vida-Konzept ist. Also das ist nur für Erwachsene, die Kinder werden während der Zeit im Kindergrip auch bespreut, so dass die Eltern das in den Brand und durch hier das Essen einnehmen können. Das ist für die Gäste einmal im Reisekreis inklusive.